servus und recht herzlich willkommen zu einer neuen folge landwirtschaft simulator 22 und zwar auf unserem neuen projekt zielonka beziehungsweise der krautschlegel so da oben fliegt ein storch ja störche hat hier jede menge auf dieser map komm ich später dazu so wir stehen hier in der nähe unseres hofes und wir werden natürlich auch die zielonka spielen und das natürlich ganz klar wegen dem premium expansion pack expansion pack in dem ja neue gerätschaften diese map neue feldfrüchte und produktionen zu finden sind so wer die erste folge bei mir gesehen hat im prinzip war das sozusagen eine test folge so will ich mal formulieren ich wollte erst mal ein bisschen die map ansehen und ein moment so da war der frosch im hals die map ansehen und auch mal schauen wie das eben ist mit den feldfrüchten wie das mit den neuen gerätschaften funktioniert und ich habe mich dazu entschlossen dass wir jetzt hier loslegen ich habe mir hier einen hof gebaut und ich zeige euch mal ganz kurz auf der karte wo wir uns befinden und ich will es mal so formulieren wenn ich euch jetzt erkläre wie und was und warum wir dieses projekt machen dann ist es ja ich will es mal so sagen ich habe mir auch die anderen kollegen angeschaut und irgendwie haben wir alle glaube ich denselben gedanken es bietet sich einfach so an so normalerweise fängt man ja hier unten an hier ist der shop und hier wäre eigentlich der haupthof wenn man hier beginnt als farmer oder als neu und es hat auch lass mich kurz schauen hier einen hof und das ist ja das interessante dass es jetzt hier mehrere höfe gibt wobei die ja alle sehr spartanisch ausgestattet sind aber sei es drum das gibt einem ja möglichkeiten der expansion oder sich hier kreativ zu betätigen und hier oben gibt es einen hof und der bietet sich natürlich erst mal optisch an wegen dem schöneren farmhaus dann natürlich haben wir hier die felder um uns herum und hier gibt es natürlich die entsprechenden produktionen in der nähe deswegen auch ich habe mich dazu entschlossen also hier anzufangen und zwar in der mittleren stufe das heißt wir haben hier ordentlich geld auf dem konto hatten keinen besitz 1,5 millionen damit ging es los und wir schauen uns das ganze jetzt mal von oben an damit ihr das dann auch mal seht ich habe mich dazu entschlossen und ihr seht es auch hier an dieser kleinen an diesem gehege scharfe auf diesem auf dieser map mitzumachen warum komme ich später dazu das ist also unser haus das fand ich einfach schön das habe ich so gelassen wie es ist und wir lassen jetzt auch einfach mal das silo weil naja gut wir werden es nicht so häufig höchstwahrscheinlich brauchen denn in diesem projekt werden wir natürlich hauptsächlich die früchte anbauen und ernten die eben unter der erde wachsen so da habe ich mir dann hier diese halle hier hingestellt diese größere da können wir dann teilweise auch diese feldfrüchte einlagern dann hier noch eine aus dem pack hier ein gebäude da können wir dann auch ein bisschen was rein machen die schafe dann hier hinten die garage so und unterstand und ich habe das alles relativ einfach gehalten erst mal noch keine große deko warum weil das werden wir jetzt hier sehen wir hauptsächlich mit mods und dlcs von giants arbeiten und nur ein paar wenige dinge habe ich hier noch mit reingenommen ich will einfach mal sehen wie sich das gestaltet dann eben hier wenn wir mit den entsprechenden gerätschaften die hier in diesem premium expansion pack mit dabei sind und die schafe deswegen eben weil wir da nur gras brauchen und dann können wir auf jeden fall hier auch das neue mähwerk antesten und dann haben wir hier noch verschiedene andere geräte spannend finde ich auf jeden fall hier diese saatmaschinen und auch dieses paket von bettner auf jeden fall dann haben wir hier die ganzen geschichten eben für die neuen feldfrüchte karotten pastinaken und rotbeete die wir dann natürlich im wesentlich ausprobieren wollen und natürlich bleiben wir bei den feldfrüchten die unter der erde sozusagen geerntet werden da sind die kartoffeln und die zuckerrüben und die werden wir eben auch auf dieser map hier ausprobieren und hier gibt es dann noch ein paar andere zusatz sachen und das wollte ich eben in der ersten folge erst mal ein bisschen antesten ob das überhaupt spaß macht und ich denke ja so ob wir natürlich hier den grape liner brauchen oder hier die das hey and forage package im prinzip weiß ich nicht ich denke nicht aber ich habe es einfach mal so der vollständigkeit halber hier mit herein genommen so also die idee ist jetzt dass wir wie gesagt mehr oder weniger nur mit den basis komponenten und hauptsächlich natürlich mit den gerätschaften die in dem neuen dlc mit drin sind arbeiten die idee ist dass wir wie gesagt wesentlich natürlich nur die neuen feldfrüchte und natürlich das material das unter der erde wächst anbauen zuckerrüben und natürlich die kartoffeln und dann natürlich auch gleich in die produktion mit einsteigen und die produktion heißt bei uns dass ich auch schon gleich zu beginnen denn ansonsten macht es wenig sinn hier die konservenfabrik gekauft habe denn fakt ist einfach dass man im prinzip mit den original feldfrüchten ja ich sag's mal so nicht reich wird man muss in die produktion gehen um eben wirklich diese masse oder diese menge und die zeit die man ja auch investieren muss denn das ist natürlich auch schon mittlerweile der punkt den ja alle festgestellt haben aber es war ja eigentlich auch kein geheimnis also das war ja mehr oder weniger klar dass wenn man mit ein reiigen oder zwei reiigen maschinen übers feld fährt dass das ganze natürlich sich zieht das kennen wir ja letztendlich auch von den kartoffeln und zuckerrüben und deswegen muss man hier relativ zügig in die produktion einsteigen um natürlich hier das material zu verkaufen so was haben wir uns gegönnt an feldern habe ich schon mal relativ gut eingekauft also wir sehen es natürlich die 7 die 34 da ist rote beete drauf da lassen wir uns mal überraschen dann habe ich die 8 und die 19 die 19 ist auch schon erntereif ich weiß jetzt nicht mehr genau was drauf ist soja oder irgendwas in der richtung so sonnenblumen haben wir hier auf der 7 zum beispiel und auf der 6 könnten wir auch ernten und irgendwo waren noch mal was so da oben die 37 ich glaube da waren auch so ein blumen drauf also wie gesagt diese felder habe ich bereits gekauft und auf denen natürlich schöne lange felder schmale felder wo man natürlich auch am ende viel platz hat um zu wenden mit den maschinen und wir werden denke ich die sechs zu einem grasfeld machen damit wir dann eben auch für unsere schafe und das ist der gedanke mit den schafen dass wir dann auch hier ja zwischendrin was zu tun haben und schafe brauchen halt einfach nur gras und sofern wie kommen wir damit relativ gut denke ich über die runden und das ist dann nicht ganz so aufwendig und auf und außerdem haben wir ja in unseren anderen projekten schon schweine und kühe und deswegen habe ich immer gedacht machen wir mal die schafe denn hühner muss man auch sagen ist mit den original gebäuden jetzt auch nicht ganz so spannend so wir steigen ein hier mit dem fiat agri den habe ich uns gegönnt und wir werden überhaupt generell erst mal am anfang ich sage mal nicht die modernsten maschinen genäme aber wir fahren jetzt mal mit dem fiat zum händler denn wir brauchen jetzt noch ein paar geräte wie zum beispiel ein fass so ein wasserfass weil unsere schafe brauchen wasser und unsere schafe brauchen gras das heißt da werden wir dann auch noch muss ich mal schauen ob ich stopp 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 bevor ich jetzt losfahre wir müssen mal ganz kurz gucken und zwar stopp quatsch wollte ich nicht nee da müssen wir da schauen so ich glaube war das hier oder waren die die mittelgroß glaube ich so weil hier muss ich mal schauen frontlader ja wir brauchen den frontlader weil wir brauchen auf jeden fall jetzt erst mal eine ja stopp dann lassen wir das gewicht da ach da ist gar kein gewicht an okay denn wir brauchen auf jeden fall erst mal ein ballen gras um unsere schafe erst mal sozusagen in die produktion zu zwingen und es gibt eine spinnerei und das heißt die produktion werden wir uns dann auch relativ bald kaufen denn die wolle bringt dann auch ordentlich also wie gesagt wir werden hauptsächlich eben die feldfrüchte die unter der erde wachsen hier machen natürlich mal so zwischendrin auch mal ein auftrag und andere sachen machen aber primär natürlich das dann möglichst ich sag mal back to the roots das heißt mit nicht jede menge mods sondern relativ ausgewählten mods und auch eben nur mit den standard mods von giants arbeiten und dann wollen wir eben auch schauen wie wir eben dann zurecht kommen mit den produktionen und möglichst hier eine supply chain hier aufbauen nämlich gleich relativ schnell in die produktion gehen und das material dann hier so verkaufen das ist die idee für unser projekt für das projekt krautschlegel ja und das ist klar soll sich natürlich darauf beziehen dass wir mit diesen feldfrüchten arbeiten die ein kraut über der erde haben so hier haben wir auch schon den händler und da stehen noch ein paar paletten rum so dass denn ich werde hauptsächlich mit diesen paletten arbeiten muss ich ehrlich sagen wir wissen ja es ist mit diesen erntemaschinen so dass es im prinzip drei varianten gibt entweder hier mit diesen paletten arbeiten abtanken oder es gibt eine einzige den bunker hat die man dann halt ja danach abtankt wenn ich abtanken sage direkt die bei den meisten maschinen muss man halt nebenher fahren und direkt während der fahrt abtanken und das interessante ist ja eigentlich mit diesen paletten dass man die für 130 das stück kauft und dass man sie dann für 230 nicht 260 für 230 also man macht 100 euro praktisch gewinnen wenn man eben dann noch diese ja paletten mit verkauft so also jetzt noch mal wir brauchen jetzt muss ich noch mal überlegen wenn wir hier einen frontlader wir brauchen jetzt erstmal einen frontlader zeigt mir hier nicht an dann ist es glaube ich eigentlich egal oder ich denke wir müssen den sowieso erstmal umkonfigurieren so wo denn auch ein blick mal wo ist denn hier der verkauf ich kann mich gar nicht erinnern dass ich irgendwo einen verkauf triggere hier okay sehr schön sehr schön ja wir müssen uns erst auch mal ein bisschen einfinden so also wie gesagt mit 1,5 millionen sind wir gestartet hatten noch nichts und dann habe ich jetzt erstmal die basics hier gekaufte zum antesten damit wir einfach wissen was sache ist so müssen wir den schon mal reparieren nein die müssen wir eigentlich nicht reparieren wir werden einen frontlader quicke oder nehmen wir hauer nehmen wir hauer ja nehmen wir hauer radgewichte haben wir brauchen wir sonst noch was erstmal im moment nicht die motorausführung 180 160 ja wir lassen es erstmal bei 160 das soll jetzt erstmal reichen okay so und das konfigurieren wir okay und dann werden wir den frontlader kaufen so frontlader von hauer frontlader 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 also jetzt müssen wir wieder gucken welcher frontlader passt denn dann so wie war denn das also 120 180 ja also der ist 120 heißt es bis 120 oder wir brauchen 120 okay ja nehmen wir doch mal den und schauen mal ob der dran passt oder ob das irgendwie merkwürdig aussieht nö oder der passt doch oder gut so und dann brauchen wir erstmal einen ballen spieß so frontlader werkzeuge nehmen wir ach so jetzt überlege ich gerade albutz fendt ballen spieß ne dann haben wir eigentlich ja ne ne ballengabel ne wir tun uns einfach leichter wenn wir den ballen spieß nehmen so dann brauchen wir noch einen ballen einen grasballen quaderballen heu naja okay so das sind das steht ja gar nicht dabei das sind 204 okay das sind 8 das heißt der ist größer jep so und was brauchen wir noch das fass dann nehmen wir jetzt ein ganz normales wasserfass das heißt tierhaltung da tut es uns doch der joskin mit 7,3 der ist zu klein wir nehmen den joskin oder der joskin das ist so der klassiker den kann man immer nehmen wobei mir fällt gerade ein wir müssen auch noch schauen wo kriegen wir überhaupt wasser her hier auf dieser map so und dann können wir auf jeden fall erstmal unsere schafe hier und dann müssen wir uns langsam Gedanken machen wie wir denn damit umgehen mit den früchten auf unseren feldern die da jetzt gerade wachsen aber ich denke da werden wir uns einen drescher mieten ich bin mir nicht schlüssig ob wir einen kaufen sollten und uns dann sozusagen als Lohndienstleister anbieten denn primär werden wir natürlich auch Erntemaschinen also natürlich hier ja also der Vorteil von den neuen Früchten ist natürlich dass wir eine Erntemaschine haben die drei verschiedene Fruchtsorten aufnimmt also das ist nicht verkehrt ich meine damit in der Vergangenheit mussten wir halt immer für Zuckerrüben ein eigenes einen Fuhrpark aufbauen und für die Kartoffeln übrigens Kartoffeln hier gibt es dann auch eine Kartoffelfabrik die man dann kaufen kann da bin ich dann auch mal gespannt aber jetzt bin ich gerade mal überlegen wo kriegen wir Wasser her also es gibt hier genügend Wasser also das ist erstmal prinzipiell nicht das Problem auf dieser Map also hier hat es jede Menge Wasserstellen die Frage ist nur welche Wasserstelle ist mehr oder weniger dafür gedacht dass man hier ans Wasser ran fährt wir können es mal hier drüben probieren und schauen mal was passiert und in der Zwischenzeit und das werde ich euch auch in die Videobeschreibung reinschreiben beziehungsweise die ist schon in der Videobeschreibung gewesen das Thema ich glaube das hat noch gar keiner angesprochen es gibt natürlich auch auf dieser Map Sammelobjekte 50 Stück an der Zahl und wer also hier ein bisschen ah ich glaube das passt so kann das sein dass wir da gerade so durchfahren und dann können wir schon aufnehmen lasst mich mal ganz kurz die Hilfe einschalten das wäre natürlich nicht verkehrt ach so naja der lädt ja schon auf super also es gibt hier auf der Map Sammelobjekte und das sieht man natürlich immer wenn man hier reinschaut äh äh Quatsch in die Statistik hier gefundene Sammelobjekte 50 Stück es handelt sich hierbei um goldene Äpfel um goldene Äpfel und ich glaube für jeden Apfel weiß ich jetzt gar nicht gibt es 5000 also es sind 50 Stück oder und es sind äh am Ende 250.000 also das kann ich mal ganz kurz zeigen wir fahren nämlich dann dran vorbei es gibt eine kleine Insel es gibt einen Park im Dorf und da gibt es eine kleine Insel und auf dieser Insel sind zwei Apfelbäume und für jeden gefundenen goldenen Apfel der scheint dann eben dann an diesen Apfelbäumen zu sein ich habe es selber noch nicht ausprobiert aber man kann das eben nachlesen in dem Artikel den ich euch verlinkt habe so da sehen wir mal wieder gar nichts so jetzt sieht man besser den ich euch verlinkt habe und da heißt es eben das sind so goldene Äpfel die habe ich auch schon gefunden die sind auf der Map verteilt also ich habe nicht gefunden aber die ersten habe ich schon mal gesehen und wie gesagt die sollen wohl dann am Ende an dem Baum dann sein und worauf ich hinaus will das zeige ich euch dann wenn wir an der Insel sind so hier fahren wir schön durchs Dorf und hier ist der Park wir werden jetzt einfach mal verkehrswidrig hier einfach wir machen einfach dazu die Rundumkennleuchte an so dann gehen wir mal hier schnell in den Park und hier ist diese kleine Insel da sind diese zwei Apfelbäume ja na Apfelbaum eins und zwei und hier vermute ich mal wird dann eventuell irgendwas erscheinen also wer die Sammelobjekte schon mal eingesammelt hat der kann mir ja mal in die Kommentare schreiben was dann hier passiert und ich bin gerade am überlegen dass ich euch mal zeige wo so ein Apfel ist ich zeige euch gleich mal wir machen das so so denn auf jeden Fall weiß ich dass hier unten einer ist so hier ja da ist eigentlich einer da können wir auch schnell mal hinlaufen und den schon mal einsammeln die Brücke ist ja nicht so weit entfernt so also hier ist so ein Apfel aufsammeln aufsammeln tatsächlich da oben hängt einer so wunderbar wunderschön also das ist auch so eine kleine Mission und äh jetzt habe ich gar nicht aufgepasst Augenblick mal wir schauen mal in die was gab es denn jetzt gab es jetzt 5000 verkaufte Produkte steht es irgendwo sonstiges 4400 ich habe jetzt gar nicht aufgepasst aber ihr werdet es mir mit Sicherheit in die Kommentare schreiben was es denn jetzt am Ende dafür gab so jetzt wollen wir mal los und schauen oh oha okay ich habe es verstanden dann wollen wir mal los durchs Dorf hier fahren so in der ersten Testfolge so möchte ich es eigentlich mal sagen haben wir ja hier hinten wo ich dachte das wäre die Kirche oder irgendwas das war die Feuerwehr da hinten haben wir ja ein Feld abgeerntet und äh das habe ich auch wieder verkauft weil das ist dann doch ein bisschen ab vom Schuss das war ja wie gesagt nur zum Testen so hier sind Verkaufsstellen das müsste glaube ich die Bäckerei sein und dann fahren wir nämlich an unserer Konservenfabrik vorbei und haben auch schon die Produktion angeworfen und produzieren Konserven Pastinaken Konserven so hier geht es rein die Dumm Diddelei das ist unsere Konservenfabrik die auch schon arbeitet so das Ganze wie gesagt in der Nähe von unserem Hof das ist natürlich nicht verkehrt also ich muss schon sagen ähm ich finde die Map schön also mir gefällt die ich finde die Wege toll es ist genügend Platz also es ist für eine Giants Map ist das wirklich eine ordentliche Map natürlich kann man immer einiges besser machen oder anders gestalten gar keine Frage aber ich finde die sehr sehr ordentlich und die kann man auf jeden Fall erstmal zocken und wie ihr das Ganze empfindet dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben was ihr von dieser Map haltet wie gesagt sind ja einige unterwegs so wir können hier mal ausschalten und äh dann werden wir jetzt mal erstmal die Basics für unsere Tierchen machen damit wir auch hier in die Produktion gehen können so ein bisschen näher also das müsste ja so klappen und schwupp und schwupp ist er weg sehr schön so jetzt überlege ich gerade fahren wir rückwärts wir fahren wohl rückwärts ran so ja was mir noch ein bisschen fehlt und ich habe jetzt die Dekopacks noch nicht mit aufgenommen also wir können natürlich dann bei Gelegenheit auch mal anfangen hier ein bisschen den Hof zu dekorieren aber mir ging es jetzt wirklich erstmal darum einfach nur ein bisschen was zu gestalten so dass äh hoffentlich jetzt irgendwann hier der Trigger auslöst was ist denn los äh so Augenblick warte 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 müssen wir noch näher ran ah jetzt okay ja okay der Trigger ist ein bisschen arg dicht dran aber ist okay so dann schauen wir mal was unsere Tierchen sagen Effektivität also es ist ja auf jeden Fall mal Gras drin da passen auf jeden Fall nochmal vier Ballen rein im Prinzip so Wasser okay kann auch nicht schaden wenn wir da noch ein bisschen nachkippen aber das machen wir dann später in aller Ruhe offline so okay das soweit so gut also wie gesagt dekorieren werden wir das Ganze auch noch gar keine Frage aber ich würde jetzt sagen an dieser Stelle das soll es jetzt erstmal wieder gewesen sein dann machen wir jetzt noch ein schönes Thumbnail Augenblick zack 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 na das machen wir aus das machen wir aus so kriegen wir wieder ein schöner Thumbnail von unserem Fiat Agri das ist doch schön und wenn ihr das Ganze auch schön findet dann auf jeden Fall nicht vergessen es würde dem Kanal wirklich ein bisschen helfen ich würde mich freuen das wäre herz aller Liebst wenn ihr einen Kommentar ein Däubchen oder natürlich auch ein Abo da lasst das soll es für heute gewesen sein für die Folge wir steigen ein in unser neues Projekt hier auf der Zilonka der Krautschlegel und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit sage tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020